Hallo Freunde, ich hoffe ihr seid gut gelaunt und ich hoffe ihr freut euch auf einen neuen Part von Super Mario 3D Land. Wir haben im letzten Part das Schloss, beziehungsweise nicht das Schloss, was sag ich denn Schloss, geht's eigentlich noch? Das Luftschiff abgeschlossen und ich hab noch die goldene Fahne geholt aus dem ersten Level und bin deswegen auch jetzt klein, aber das macht nichts. Wir gehen jetzt in Welt Nummer 7 und da bin ich jetzt schon gespannt, was das denn jetzt für eine Welt ist. Irgendwie haben die Welten nichts mit dem, ja, irgendwie haben die Level nichts mit den Welten zu tun. Ein bisschen schade finde ich das ja und sogar der Briefumschlag hat einen Tanooki-Schwanz. Oh mein Gott, Peach wird sowas von krass bedrängt, von allem und jedem. Oh je Mario, jetzt solltest du dich ein bisschen beeilen. Wir haben nämlich noch zwei Welten vor uns, die wir natürlich zu 100% abschließen wollen und ich hoffe du hilfst mir dabei und ich hoffe ihr helft mir auch dabei Leute. Wir sind denn jetzt in einer ganz komischen Welt angekommen. Bisschen gruselig sieht die ganze Geschichte aus. 7-1 wird uns hoffentlich Aufschluss geben, was es mit dieser Welt auf sich hat. Und los geht's. Auf jeden Fall ein Unterwasser-Level, so wie man es schon sehen kann und ich hoffe ich werde jetzt natürlich gleich irgendwo groß. Und natürlich hier erstmal ein riesiges Areal und da hinten ist das Ziel. Okay, also das Ziel sieht man schon von hier aus irgendwie witzig, das Ganze, wenn man das schon sieht. Und da unten geht's weiter und die Röhre hier ist nur aus Pappe. Also bei der Röhre können wir schon mal gar nichts machen. Aber unboxen können wir sie doch irgendwie. Ja, wir können sie mit einem gezielten Sprung kaputt machen und jetzt müssen wir da runter. Jetzt müssen wir echt runter Leute, in die Tiefen des Ozeans. Und Gott sei Dank hat Mario keinen Sauerstoffmangel, er kann nämlich unter Wasser atmen, solange er Bock hat. Wenn ich das könnte, wäre ich echt glücklich. Gibt es überhaupt einen Menschen, der das kann? Ich glaube nicht. Ich glaube man kann nicht ewig lang die Luft anhalten. Ich glaube das ist gar nicht möglich. Und wenn ich mich jetzt nicht beeilt hätte, wäre ich gestorben. Na toll, das wäre ein super startenden Part gewesen, aber Gott sei Dank war es nicht so. Ne, ne, ich muss mich jetzt hier echt ein bisschen konzentrieren, weil ich eben klein bin. Ich habe also nur eine einzige Möglichkeit, bis ich wachse, da durchzukommen. Und das hier sieht mir doch schon wieder sehr verdächtig aus. Ja, habe ich doch gesagt. Also warum sollten plötzlich unter Wasser irgendwo ein Kistenstapel sein, wo man sich dann denkt, äh, what the fuck, äh, warum? Warum macht man sowas? Warum macht man sowas? Ja, na klar, um dahinter natürlich eine Starcoin zu platzieren. Und der P-Schalter, also der P-Switch hat uns den Weg eröffnet. Okay, ich dachte da kommen jetzt vielleicht doch wieder Münzen oder sowas, aber so war es gar nicht. Und hoffentlich jetzt hier mal irgendwo ein Pilz. Irgendein Item, irgendwas, was mich wachsen lässt, bitte. Ich mag doch nicht mehr. Oh doch, da haben Pilzen, 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 ja, lecker, lecker, Pilze, Pilze. Geil. Ich bin ja nicht so der Pilz-Fan. Also, auf Pizza mag ich zum Beispiel Pilze gar nicht. Das ist für mich ein absolutes No-Go auf einer Pizza. Ansonsten mag ich eigentlich alles. Ja, geht's jetzt oben weiter oder geht's in der Röhre weiter? Aber ich glaube, hier geht's weiter. Nee, da ist bloß eine Uhr. Okay. Sollte ich vielleicht doch in die Röhre gehen? Ja, komm, ich geh jetzt erst in die Röhre. Ich will wissen, was da drin ist. Das könnte uns nämlich helfen. So, und ich glaube, ich schwimme jetzt lieber nicht zu hoch, dass ich mich hier noch verletze, weil das wäre jetzt nämlich absolut lahm. Nee, nee, das wollen wir nicht riskieren. Gehen wir in die Röhre. Und dann schauen wir doch mal, was es hier gibt. Gibt's hier eine Star-Coin? Nein, gibt's nicht, Leute. Gibt's nicht. Hier gibt's nur Münzen. Schade. Schade. Hätte ich eigentlich besser gefunden, wenn es hier noch eine Star-Coin gegeben hätte. Aber hier gibt's nichts. Leider. Man sieht auch keinen Schatten. Demnach sind wir hier safe. Aber vielleicht gibt's da hinten noch irgendwo einen Geheimgang oder so. Nö, auch nicht. Okay, gut. Von mir aus. Oh mein Gott. Runter, Mario. Runter. Dankeschön. Und nach oben. Okay, ich glaube, die 100 Sekunden. haben uns da ganz gut getan, bis wir da unten mal alles erforscht haben. Somit war das eigentlich gar keine schlechte Idee. Und da war so ein kleiner Wirbelsturm. Oh mein Gott. Ihr hässlichen Viecher. Ihr seid alle so hässlich. Ja, und da unten gibt's wahrscheinlich die zweite Star-Coin. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Mit ziemlicher Sicherheit gibt's da die zweite Star-Coin. Eigentlich könnte ich die ja töten, wenn ich eine Feuerblume hätte. Nur, ich hab keine. Oder geht's oben weiter? Und da, da bräuchte ich eine Feuerblume. Hä? Hä? Wo geht's denn jetzt weiter? Zum Teufel. Geht's jetzt oben weiter oder geht's unten weiter? Ich weiß es nicht. Aber ich denke, es ging oben weiter. Also so wie das ausgesehen hat. Oder, beziehungsweise so wie wir jetzt hier sind, wird's glaube ich oben weitergehen. Aber, das wollen wir doch mal sehen. Das wollen wir sehen. Ah, und jetzt sind wir hinter denen. Okay. Jetzt sind wir hinter denen. Jetzt können sie uns auf jeden Fall nichts mehr machen. Da ist eine Star-Coin. Hier. Habt ihr sie gesehen? Ja, und das war die... Was? Das war erst die zweite. Cool. Geile Sache. Geile Sache. Und jetzt geht endlich nach vorne. Komm. Aber was gab's dann da hinten? Das würde mich interessieren. Was ist da hinten dann gab? Und da gibt's nochmal Sekunden. Und jetzt hab ich mir echt weh getan. Schon wieder. Jetzt bin ich schon wieder klein. Jetzt muss ich schon wieder aufpassen, dass mir hier nichts passiert. Ach, komm schon. Vor allem wir hätten ja vorne nochmal nachschauen. Da ist die dritte Star-Coin. What the fuck? OMG. Als ob. Als ob. Aber sonst geht's euch schon noch gut, oder? Aber sonst geht's den Entwicklern schon noch gut, ja? Mhm, mhm, mhm. Ja, seh ich zwar nicht so. Das Ding gut geht, aber gut. Okay. Okay. Einfach uns da wild in so ein Loch lotsen, wo die letzte Star-Coin ist, dass man dann fast stirbt. Klar doch. Klar. Ja, super. Und das haben die wirklich toll hier gemacht. Muss man hier alles... Und da oben gab's noch One-Up. Mein Gott. Meine Güte. So, Moment. Schaffe ich das mit einem normalen Sprung? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das schaffen würde. Aber ich glaube, ja. Ich glaube, die Entfernung ist nicht so weit weg, dass wir das mit einem normalen Sprung hinkriegen müssten. Und wir haben's geschafft. Sehr schön. Die goldene Fahne in der Tasche. So hab ich mir das vorgestellt, Leute. Von klein auf mindestens oder wenigstens noch den Pilz haben wir auffuttern können, dass wir wenigstens wachsen. Und ja. War ein schönes erstes Level. Für die siebte Welt gefällt mir. Nur die Musik ist hier so ein bisschen gruselig. So, die versetzt einen so ein bisschen in ganz, ganz komische Vibes. Eine ganz komische Stimmung kommt hier auf. Aber wir gehen jetzt in ein Untergrund-Level. Sieben Strich zwei, beziehungsweise in ein Burg-Level. Ich weiß jetzt nicht, Untergrund oder Burg? Eins von beiden, aber ich denke Untergrund. Und es sieht gut aus. Es sieht sehr schön aus. Ich find die Level von Super Mario 3D Land, find ich wirklich gut. Sehen alle irgendwie ein bisschen, äh, ja, gut aus. So, was gibt's hier? Nur Münzen. Okay. Gut. Uninteressant. Dann weiter nach vorne. Und hier gibt's ganz, ganz viele Rollen, Leute. Ganz, ganz viele. Und den Schalter werde ich, glaub ich, brauchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war knapp. Das war knapp. Und da gibt's die erste Starcoin für uns. Geschenkt. Ja, was heißt geschenkt? Wir haben sie uns hart erarbeitet. So, auf das One-Up da hinten verzichte ich jetzt mal. Ja, ich muss ja hier nicht alles, alles einsammeln bis auf die Starcoins. Deswegen lassen wir einfach mal das One-Up, One-Up sein und verlassen dieses Abteil und gehen jetzt ins nächste. Okay. Jetzt ist es nicht mehr von links nach rechts, sondern wieder von oben nach unten. Und das hier ist so eine Art Waage. Also wenn ich mich da ein bisschen drauf stelle, kommen die Dinger wieder zurück und dann holen wir uns erstmal die Starcoin. Nein! Also ob, der hat mich doch gar nicht getroffen. Oh Gott. OMG. OMG. Schnell rüber. Ja, perfekt. Perfekt. Oh. Jetzt hat es hier bestimmt ein Item gegeben. Irgendein Item hat es da jetzt gegeben, ja. Und jetzt habe ich natürlich wieder nur einen Pilz gekriegt, weil ich schon wieder klein war. Ich habe es schon wieder geschafft, klein zu sein. Wie zum Teufel schaffe ich das immer? Die dritte Starcoin hätten wir auch in der Tasche. Sehr schön. Dann kann ja jetzt nichts mehr schief gehen bis auf die goldene Fahne und ich bin schon wieder klein. Ich bin schon wieder klein, Dudes. Ich bin wieder klein. Ich habe die Schnauze voll klein zu sein. Versucht man als kleiner Mario die goldene Fahne zu erreichen? Das ist gar nicht so einfach. Oh nein. Mir ahnt Schlimmes. Mir ahnt Böses, Leute. Ja. Wie ich es mir dachte. Ah, nein, nein. Okay, okay. Nochmal ein Versuch. So. Bam. Und rüber. Ja, geschafft. Puh. Gerade noch so. Im letzten Moment konnte sich Mario noch an der Spitze des Fahnenmastes festheben. Super Mario. Deswegen heißt du auch Super Mario und nicht nur Mario. Ja. Deswegen. Mario ist super. Super Mario. Ja. Gut gemacht. Sehr schön. Ein Toad-Haus. Da muss ich auf jeden Fall rein. Weil ich nämlich ein Item brauche. Und dann geht es schon wieder zu einem schwarzen Fragezeichen-Block. Wie viele Münzen werden wir wohl diesmal brauchen? Wie viele Star-Coins? Ich denke 70. Ich glaube 70. 70 kommt ungefähr gut hin von der Menge. Und da gibt es eine Feuerblume. Danke, Toad. Du bist so lieb. Dafür schieße ich dich jetzt einmal mit dem Feuer ab. Moment. Moment. Okay. Zweimal. Alle guten Dinge wären drei gewesen. Aber leider habe ich ihn nicht getroffen. Egal. Macht nichts, Leute. Macht nichts. Jetzt kümmern wir uns um den schwarzen Block. Um den schwarzen Fragezeichen-Block, der sich uns hier offenbart hat. Und 70. Ja, war ich ganz gut geschätzt. War ganz gut geschätzt. Oh mein Gott. Das nächste Level schaut ja düster aus. Das sieht ja noch schlimmer aus als das, wo wir jetzt gerade waren. Und was eröffnet sich uns aus diesem Block? Es ist... Oh no. Ich glaube, entweder sind das so Schwingen oder das sind diese komischen Gummibänder, wo wir drauf springen müssen. Also dieses Trampolin-Dinger. Ja, diese Trampolin-Dinger sind das. Nein. Nein, Leute. Ich mag das doch gar nicht. Vor allem nicht, wenn es so viel ist. Und dann sind es noch Fuzzis und dann gibt es noch Zeug und... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Albtraum, lass endlich den Albtraum ein Ende sein. Musste das jetzt sein. Du bescheuerte Piranha-Pflanze. Musste das jetzt sein. Ja, klar. Dann bin ich doch klein. Logisch. So, gibt es da oben wenigstens was? Nö, gibt es nicht. Gibt es nicht. Ich habe mich jetzt völlig umsonst zu verbrennen lassen. Okay, auch nicht schlecht. Ach, die Star-König ist hier. Hätte ich das mal vorher gewusst, ne? Dann wäre mir der ganze Spaß jetzt nämlich erspart geblieben. Und ich wäre jetzt noch in meiner Feuerblumengestalt. Bin ich aber leider nicht mehr. Das heißt, wir werden jetzt als kleiner Mario irgendwie da durchkommen müssen. So, wie weit geht denn das noch hoch? Okay. Okay, okay. Und da gibt es eine Wolke, auf die ich natürlich gerne drauf möchte. Jawohl. Sehr schön. Kriege ich wieder einen Stern? Ja, natürlich. Natürlich. Hier gibt es immer einen Stern oben drauf. Und das finde ich nice. Das finde ich richtig nice. Dass es hier auch alles ein bisschen schneller vorangeht. Deswegen kriegt man eigentlich den Stern. Ich glaube, den kriegt man nicht wegen den Buddies hier, sondern den kriegt man nur, dass man die ganze Wolkenpassage einfach schnell abschließt und die Star-König einsammelt. Und da gibt es einen Checkpoint. Gott sei Dank wenigstens ein Checkpoint. Stern, wo bist du? Da ist der Stern. Und wo ist Toad? Ach, da sind sie. Hallo. Cool. Da gibt es sogar noch zwei Pilze oben drauf. Sehr schön. Sehr schön. Wo war jetzt nochmal die Star-König? Ich habe sie gerade vorher schon gesehen. Okay, hier. Okay, gut. Muss ich mir merken. Muss ich mir merken. Dann ab in den Ausrufeblock. Und wir porten uns einfach an die, an den letzten Ende, an das ganz untere Ende dieser Passage. So, Moment, Moment. Die Star-König war hier. Das heißt, wir müssen einmal kurz dann runterspringen. Wir lassen den Fusi einfach kurz vorbeiziehen. Er geht ja bloß sowieso seine Bahn lang. Er kann uns ja dadurch nicht mehr zum Problem werden. So, perfekt. Perfekt. Es läuft wirklich 1A bisher. Außer, dass ich meine Feuerblume verloren habe. Das hätte nicht unbedingt sein müssen. Aber gut. Kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Und da ist auch schon fast der Exit. Irgendwo hier. Oh, nein. Ist das euer Ernst, dass ich das wirklich so machen muss? Okay. Na gut. Dann springen wir einfach mal vor ein bisschen höher. Ich hoffe natürlich, das passt dann soweit. Oh, nein. Oh, nein. Ich habe so ein ganz ungutes Gefühl, Leute. Ich habe so ein ganz ungutes Gefühl, dass ich jetzt hier einen Weitsprung brauche. Ansonsten komme ich nicht ran. Oder wobei... Ja, wobei, komm. Von der Höhe musste das Mario ja locker hinkriegen. Es hat ein bisschen weiter ausgeschaut, als es eigentlich ist. Also, ne, mit dem normalen Sprung kriegt man das auf jeden Fall hin. Also, sobald die Plattform am höchsten Punkt eigentlich angelangt ist, sollte das eigentlich wunderbar zu schaffen sein. Geil!